Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute seht ihr, wir sind mal ganz woanders. Und zwar, ich bin jetzt in meinem zweiten Urlaub sozusagen und dieser Urlaub läuft genauso ab wie der andere Urlaub. Ich zeige euch immer mal dieselbe Perspektive im Hotelzimmer sozusagen. Das ist jetzt zwar kein richtiges Hotel, aber immer wieder diese Perspektive kommt. Und dann zeige ich euch, was wir draußen so machen. Und genau, dann gibt es natürlich wieder Sachen bei Instagram, wo eine Highlight-Story wieder, wo ihr gucken könnt, was ich dort genauer mache. Da sind wieder Bilder dabei, da ist alles wieder dabei. Also schaut bei Instagram Keks-Andy, alles klein geschrieben, mal vorbei. Und ja, genau. Was ist jetzt auf dem Plan? Jetzt ist es 11.14 Uhr. Wir gehen jetzt dann gleich Mittagessen. Und ja, was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Ich bin kein Wanderleiter, ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Dann bis jetzt gleich. Ich wollte euch ja sagen, wir sind angekommen im Urlaub Nummer 2. Leute, ich habe leider gestern Abend noch vergessen, die Abmoderation zu machen und zu sagen, was ich gemacht habe. Also, ich habe also alles vergessen. Daher sage ich euch das heute. Jetzt ist frühs. Aber ja, also wir haben gestern, wir sind gestern ein bisschen im Ort rumgelaufen, haben halt ein bisschen was gesehen, wo wir sind. Und ja, wir sind gestern ein bisschen im Ort rumgelaufen, haben halt ein bisschen was gesehen, wo wir sind. Und ja, zwischendurch standen dann auch immer gebundene Schafe auf der Wiese. Ja, also viel haben wir gestern sonst nicht gemacht. Wir haben Kaffee und Abendbrot und zwischendurch noch ein bisschen gespielt. Und ja, heute geht es dann weiter los, also für euch dann morgen. Gut, dann würde ich sagen, das war es mit diesem Video. Abonniert diesen Kanal, sodass ihr kein neues Video mehr verpasst. Ja, dann bis morgen, was ich ja jetzt gleich aufnehme, daher habe ich gestern das vergessen. Ciao.